Kasala Gewinnspiel. Da haben wir ja ein Video rausgebracht, ein Gewinnspiel-Video und Mensch Kinder, da habt ihr uns sowas von überrascht. Etliche an Likes, etliche Klicks haben wir da erhalten. Richtig super, richtig klasse, richtig toll. Ja, Kasala ist in aller Munde, Top-Gruppe. Die ist ja nächste Woche Samstag im Palladium und ja, jetzt seid ihr bestimmt gespannt, wer hat denn die beiden Karten gewonnen? Ja, ganz große Überraschung. Gewonnen hat diese beiden Karten und zwar, den Bedenk, Michaela Fischer. Du bist die Glückliche, wir sehen uns nächste Woche Samstag, den 16.05. drüben auf der anderen Rheinseite im Palladium und da rocken wir mit dir so richtig mal auf Kasala ab. Ich habe versucht, ein Meet & Greet zu organisieren, habe die Jungs mal angeschrieben, vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht klappt es und dann machen wir noch ein tolles Foto mit dir und mit den Jungs von Kasala. Ja, freu dich, du kannst es wohl kaum erwarten bis nächste Woche Samstag. Ich denke mal, du bist ein großer Kasala-Fan. Ja, und die anderen? Leider, leider nein, leider gar nicht. Wir haben leider nur zwei Karten. Beim nächsten Mal werdet ihr bestimmt Glück haben, weil wir haben noch viele Gewinnspiele in petto. Zunächst kommen die Wise Guys, dann verlosen wir auch Karten zu Colonia Allee. Allee? Nee, Quatsch. Ole, 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 ole. Also wie gesagt, ganz, ganz viele Gewinnspiele kommen noch. Wir sind für euch vor Ort, wir sind für euch am Start. Wir sorgen dafür, dass ihr zu den Events kommt. Ja, also schaut weiterhin Veedel-Sender und jetzt habt einen schönen Sonntag und ja, tschüss, euer Ferdig Kreitz.